Dies ist der Auftakt zu einer mehrteiligen Reihe und in diesem ersten Teil geht es um die Fälschung der Geschichte und insbesondere um ein Buch von Peter Franz Josef Müller. In den folgenden Teilen suchen wir dann nach Spuren der echten Vergangenheit und befinden sie unter anderem in der Kultur der Frauenberge. Das vorliegende Buch von Peter Franz Josef Müller, Meine Ansicht der Geschichte, ist ein Schlüssel zur Wiedererlangung der Kenntnis unserer wahren deutschen Geschichte. Es wurde gezielt für den Wiener Kongress im Jahr 1814 verfasst, um nach dem Sieg über Napoleon die Müller-bekannte einstige Rechtsordnung Europas wieder in das Bewusstsein zu führen. Heute, im Jahr 2023, ergibt sich die Möglichkeit, an der europäischen Ordnung, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg bestand, wieder anzuknüpfen. Seit 2020 spricht Wladimir Putin über die erneute Einberufung einer aktuellen Sicherheitskonferenz für Europa. Eine Neuordnung der Grenzen der Länder Europas deutet sich an. Peter Franz Josef Müllers Anliegen in Form seines Buches wurde bedauerlicherweise kaum beachtet. Zugleich ist sein Buch das einzige mir Bekannte, welches den roten Faden der Geschichtskritik tatsächlich erklären kann. Es behandelt geschichtliche Sachverhalte, die außerhalb der höchsten Kreise der Geheimgesellschaften kaum bekannt sind. Im Folgenden zitiere ich wichtige Stellen des vorliegenden Buches, um zur Lektüre anzuregen, und ich gebe Hinweise anderer Autoren sowie Ergebnisse eigener Forschung, die in Müllers Richtung bestätigend und ergänzend weisen. Zitat von Seite 464 Man mag den Tacitus in das 1. oder in das 5. oder 16. Jahrhundert stellen, so bleibt es immer unglaublich, dass die Deutschen vor ihm keine Geschichte gehabt haben und bis dahin ungekannt geblieben sein sollen. Dass die Deutschen auch schon vor dem Tacitus des 1. Jahrhunderts und sogar vor der Gründung Roms ein ausgebildetes und allgemein ausgebreitetes Volk gewesen, bezeugt selbst die römische Sprache. Denn, dass die römisch-lateinische Sprache unmittelbar aus der Deutschen ist geschöpft worden, wird, wie ich hoffe, in kurzem niemand mehr bezweifeln. Die deutsche Sprache war also noch älter als die römisch-lateinische und folglich muss auch die deutsche Geschichte älter sein als die römische, denn die Sprache ist das allerunzweideutigste Denkmal der Geschichte. Und eine Sprache wie die deutsche, in der sich die Kenntnis des Ganzen wie des Einzelnen, auf der Erde wie im Meere und in den Höhen wie in den Tiefen, aus eigener Kraft ausspricht und die in den Namen aller Völker und Örter vom Anfange der bekannten Geschichte anerscheint, setzt notwendig ein Volk voraus, dessen Geschichte älter sein muss als jede Zeitrechnung. Schon von diesen Sehpunkte aus betrachtet ist Tacitus offenbar unterschoben. Zitat Ende. Tacitus erfüllte die Funktion von dem großen deutsch-römischen Reich abzulenken, welches nicht mit dem späteren Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen verwechselt werden darf. Stattdessen wurde das Bild einer primitiven germanischen Frühgeschichte vermittelt. Ähnliches und mit umgekehrter Wirkung geschah auch mit den sogenannten Kelten, Galliern und Franken, die allesamt als Wegbereiter der später als Franzosen genannten Verschwörer, laut Müller, in die erfundene Geschichte eingefügt wurden. Nochmal Zitat Müller, Seite 186 folgend. Der Name Franken schreibt sich nicht von einem Lande Franken in Deutschland her, denn sowohl das ältere Herzogtum Franken als auch das jüngere würzburgische Herzogtum in Franken sind Märchen, sondern daher, weil sich einige deutsche Volksstämme vom Urstamm losgerissen und in der Folge unabhängig gemacht und sich von nun an frei und eigen Franken genannt haben. Eben dieselben nannten die Gesamtheit der dem Urstamm getreu gebliebenen Sassen, das heißt Einsassen oder wie sie zur Zeit der Ankunft des Eneas in Italien genannt wurden, Eingeborene, Aborigines. Zitat Ende. Mit den Sassen sind die Sachsen gemeint. Zitierend Seite 462 Die Vorliebe für das neue Reich der Frügen, gleich Franken, zeigt sich bei allen sogenannten klassischen Schriftstellern, denn alle waren Söldlinge derselben. Zitat Ende. Müller hält einige der großen, in Anführungszeichen, deutschen Humanisten tatsächlich für Franzosen. Er erklärt das philologisch, da Zitat Man sich nicht immer die Mühe gegeben hat, den französischen Wörtern einen lateinischen Zuschnitt zu geben. Hierher gehören auch der angeblich von Friedrich dem Dritten gekrönte deutsche Dichter Keltes, der von Maximilian dem Ersten gekrönte Kuspinian, Latius unter Ferdinand dem Ersten, der bayerische Aventin, der sächsische Spallatin und andere mehr. Zitat Ende. Diese Humanisten sollten Sorge dafür tragen, das römisch-deutsche Reich auf die Franken, dann die Franzosen, zu übertragen. So zeugen nach Müller für die gallische Herkunft der goldenen Bulle Karls IV. die gallischen Wörter und Redensarten. Das bedeutende Gesetzeswerk des sogenannten Mittelalters ist bereits eine Fälschung. Näheres dazu im Buch. Ich nenne einen weiteren deutschen Humanisten, Johannes Trithemius, 1462-1516, von dem Voltaire, 1694-1778, in »Die Jungfrau von Orléans« im achten Gesang schreibt, Trithemius käme aus der Picardie, sei also auch Franzose und habe die Gendard erfunden. Zum Ruhme Frankreichs natürlich. Sonst schlichen sich die Franzosen genauso in Italien ein und versteckten sich hinter den italienischen Humanisten. Vom Humanisten Keltes, dem Kelten, 1459-1508, wurde sein Freund Trithemius der Droide genannt. Diese Namen waren Programm gegen das Deutsche Reich. Trithemius wohnte stets in Franken, erst bei Bad Kreuznach, dann in Würzburg und gilt sogar offiziell in wenigen Punkten als Fälscher der Geschichte. Der berühmteste Schüler des in Anführungszeichen Droiden Trithemius war der Humanist und Magier Agrippa von Nettesheim, 1486-1535, der viel in Frankreich unterwegs war. Keltes war an der erfundenen Biografie der sogenannten ersten deutschen Schriftstellerin Roswitha von Gandersheim beteiligt. Vor allem aber gab Keltes um 1500 die »Germania des Tacitus« heraus. Zugrunde lag der Hass auf das deutsche Urreich. Müller hält den Humanisten Spalatin für einen französischen Verfälscher. Dieser Spalter war ein vertrauter Luthers und dessen Verbindungsmann zum Landesherrn von Sachsen, Friedrich dem Weißen, 1463-1525. Wie passend und hilfreich für einen Reformator, sogleich den einen oder anderen Landesfürsten auf seiner Seite zu wissen. Frankreich ließ die Protestanten im eigenen Land nicht zu, förderte aber die Religionsspaltung im Deutschen Reich nach dem Motto »Teile und Herrscher«. Vergessen sei auch nicht die aktive Zusammenarbeit zwischen dem französischen König Franz I., 1494-1547 und Sultan Süleyman I., Osmanisches Reich, das angeblich 1299 gegründet wurde. Ziel war es stets, das Deutsche Reich mit Rom als Hauptstadt anzugreifen und aus der Welt zu schaffen. Bemerkenswerterweise schweigt Müller zu Luther. An dieser Stelle sei auf ein Buch hingewiesen, dass 1632 auch in deutscher Sprache gedruckt wurde. Autor ist der Französe Pierre de Molin, 1568-1658, mit dem Titel »Novatis Papismi« oder »Niulich aufgekommenes Papsttum«. Der Autor, latinisiert Petrus Molineus, deutsch etwa Peter Müller, überlebte die »Bartholomäusnacht« im Jahre 1572 als Kind, in der die Franzosen tausende von Hugonotten hinterhältig ermordeten. Dann studierte er in England. Genau 800 Jahre vor 1572 wird der Krieg des fiktiven Karls des Großen gegen die Sachsen angeblich begonnen, dem bald darauf das Gemetzel an der Führungsschicht der Sachsen erfolgt sein soll. Es mutet an wie »Original«, »1572« und »Fälschung«, »772«. In dem sehr umfangreichen Buch berichtete de Molin 1632 von dem erst neulich gegründetem Papsttum. 1923 veröffentlichte Ernst Fuhrmann das Buch »Die französische Sprache – ein deutscher Dialekt«. Johann Gottlieb-Radloff brachte im gleichen Jahr wie Müller 1814 eine bemerkenswerte Schrift heraus, Titel »Frankreichs Sprach- und Geistestyrannei über Europa«, die Müller gut ergänzt. Auch die klassischen Autoren standen als erfundene Schriftsteller des Humanismus in französischem Dienst. Ein bekanntes Beispiel dieser in Anführungszeichen antiken Autoren in Frankreichs Diensten ist »Vergil«. Müller schreibt stets »Virgil«. Zitat von Seite 242 folgende. Wer sollte es glauben, dass im Vergil der Hauptteil der deutschen Geschichte und der eigentliche Anfangspunkt der Trennung Österreichs von Westreich niedergelegt ist? So wie die Zerstörung von Troja den Grundstoff zu den Gedichten Vergils und Homers hergegeben, so stimmen auch beide nicht selten in Gedanken und Ausdrücken überein. Und da auch die von ihnen mit Begeisterung und bewundernswürdiger Sachkenntnis besungenen Ereignisse unmittelbar zusammenhängen, so scheinen beide nicht nur Bundes-, sondern auch Zeitgenossen zu sein. Dass beide in die Geheimnisse der Zeit eingeweiht waren, davon zeugt ihre genaue Bekanntschaft mit den sibyllischen Weissagungen. Wie wohl ich der Meinung bin, dass Vergil und Homer unter dem Namen Sibylle, für viel Weise, das Andenken einer berühmten und weisen Frau aus dem Geschlechte Aeneas haben ehren und verewigen wollen, und dass sie zu den erst lange nachher aufgesetzten sogenannten sibyllischen Büchern sowie überhaupt zu den griechischen und römischen Geschichten bloß Anlass gegeben haben. Zitat Ende. Dass es ganz andere weise Frauen waren, die auf ihren kultischen Frauenbergen vor 1500 kulturprägend waren, zeigte ich in meiner Schrift von 2020 zu diesem Thema. Vermutlich waren die antiken Sibyllen eine verfremdete Reaktion darauf, da damals jeder um diese heilspendenden Frauen wußte. Das Urreich bestand nach Müller aus dem Westreich und dem Österreich. Zum Österreich gehörte auch Byzanz, es war also deutsch. Dadurch erklärt sich auch der bislang rätselhafte sogenannte vierte Kreuzzug von 1204. Jerusalem war gar nicht das Ziel der Plünderung, sondern die reiche deutsche Stadt Byzanz. Zitat Seite 230. Unter Friedrich III. gingen mit Byzanz die in Hinsicht ihrer Verbindung mit den Meeren und den übrigen Teilen der Erde allerdings wichtigsten Zugehöre von Österreich verloren. Dass übrigens Byzanz und alle türkischen Besitzungen in Europa Zugehöre Österreichs gewesen, gestehen die Verfälscher selbst. Zitat Ende. Das alte römisch-deutsche Reich hatte den Doppeladler als Wappen. Nur für das Spätmittelalter im 15. Jahrhundert anerkennt dies auch die offizielle Geschichte. Für die vorangegangene Zeit ist nichts mehr bekannt. Das Reich war so groß, dass es in ein Westreich, Bereich Westeuropa und ein Österreich bis nach Asien hinein gegliedert war, daher die beiden Adler. Nach 1453, der Eroberung Konstantinopels durch Muslime, führte Russland den Doppeladler bis heute. Die heute bestehende entscheidende Unterscheidung zwischen Landmacht und Seemacht gab es zur Blütezeit des Deutschen Reiches noch nicht. Zitat Seite 7. Auf allen Meeren wehte die einzige Flagge des zweifachen Adlers von Österreich und Westreich und in allen Weltgegenden waren Niederlagen der Schätze der Erde und des Meeres und des menschlichen Kunstfleißes gehäuft, deren Austauschung durch Schiffbarmachung der Flüsse und Verbindung derselben mit den Meeren und unter sich immer mehr und mehr erleichtert ward. Aber mit der Einheit verschwand auch dies Meisterwerk menschlicher Kraft. Es gibt verschiedenste Varianten des einst Gemeinten, etwa Doppeladler Byzantinisches Reich, Doppeladler Habsburg, Doppeladler Russland 1492. Auch Babylonien hatte bereits einen doppelten Adler. Ist auch dies ein Überbleibsel des Urreichs? Troja wird in obigem Zitat Müllers mit den Sibyllen in Verbindung gebracht. Ludwig Klages, der große, aber wenig bekannte Philosoph des Lebens, nannte Troja die Weste des Matriarchalismus aus der Geist als Widersacher der Seele. Seite 752 folgende. Im Jahre 1913 lud die freideutsche Jugend Ludwig Klages zu einem Vortrag auf dem Hohen Meissner in Nordhessen ein. Kurz vor dem Weltkrieg leuchtete noch einmal die Möglichkeit auf, das Ruder der folgenden verhängnisvollen Entwicklung aufzuhalten. Doch die Mächte der Zerstörung bekamen noch ein volles Jahrhundert. Der Hohen Meissner ist der wohl mächtigste Frauenberg in Hessen. Blick vom Billstein, einem weiteren mutmaßlichen Frauenberg. 1814 irritierte Müller mit zahlreichen Urbegriffen. Vom Urreich mit ihren Urherrschern, vom Urquell und Urrecht der Urschrift im Hinblick auf die deutsche Ursprache des Urstammes mit seiner Urverfassung des Urvolkes in seiner Urvollkommenheit. Alle diese Begriffe werden im Buch genannt. 1913 ergänzte dies Ludwig Klages mit seinem matriarchalen Wissen des lebendigen Lebens in seinen Urbildern der Urheimat, die sich durch Urerinnerung den Urphänomenen im götischen Sinne nähern. Alle diese Begriffe kommen in Klages Werk vor. Klages schickte der deutschen Jugend einen Text, der auf dem Frauenberg verlesen wurde und der nach dem Krieg 1920 unter dem Titel Mensch und Erde veröffentlicht wurde. Zahlreiche Auflagen folgten. Es ist eine Grundlage für wahren Natur, Kultur und Heimatschutz im Sinne der tätigen Volkskräfte. Er schrieb darin, dass eine, Zitat, außerweltliche Macht in die Sphäre des Lebens einbrach. Zur Umkehr Hilfe allein die innere Lebenswende, die zu bewirken nicht im Vermögen von Menschen liegt. Zitat Ende. An diesem Punkt mögen wir heute stehen. Mutter Erde möge eingreifen. Der weit zurückdatierte Trojanische Krieg steht tatsächlich stellvertretend für den Krieg gegen das Deutsche Reich. Für Müller steht fest, Zitat, dass das herrschende Haus sich mit der besonders in Kleinasien festgewurzelten Empörung von 1096 an in fortdauerndem Kriege befunden, bis endlich zwar dem Reich in Asien ein Ende gemacht, Troja zerstört, aber der nach Europa geflüchtete Aeneas, das heißt Karl, so genannt von Anju, Neapel, sich anschloss, durch das Glück begünstigt, sich hier festsetzte und eine gänzliche Auflösung des Urreichs vorbereitete. Zitat Ende. Von Seite 410 war das. Die Jahreszahl 1096 steht für den ersten sogenannten Kreuzzug. Müller schreibt, die sogenannten Könige von Jerusalem und Sizilien waren die Häupter der Empörung. Genau deren Herr war auch Karl von Anju. Den Ausdruck Römisches Reich deutscher Nation bezeichnet Müller als unecht und in jüngeren Zeiten unterschoben, denn das Römische Reich und das Deutsche Reich ist eben dasselbe. Teile Asiens und Afrikas gehörten zum Deutschen Reich. Die genauen Grenzen sind nicht mehr bekannt. Die Verschwörer vernichteten oder fälschten die alten Urkunden, sie fälschten die Geschichte, sie streuten absichtlich Widersprüche, übersprangen große oder kleinere Zeiträume und anderes mehr, um im Laufe der Jahrhunderte ihr Gegenreich mit großer Sprachverwirrung zu stiften. Das dürfte sich hinter dem bekannten Ausdruck Turmbau zu Babel tatsächlich verbergen. In Bezug auf den deutschen Kaiser Karl IV. schreibt Müller, Zitat, dass der Papst ihn als Herrn von Israel betrachtet, worunter damals Frankreich oder Arelas verstanden wurde. Zitat Ende. Durch Vertauschen der Buchstaben innerhalb der Worte Arl, Rhone und Arelas zu Israel wurden für Müller nach und nach die europäischen Sprachen aus der deutschen entwickelt. Das Königreich Arelas, das Müller zu, Zitat, zu den merkwürdigsten der Welt zählt, wurde als Israel verstanden. Was bedeutet das? Können wir Müller so verstehen, dass es entsprechend der fehlenden griechisch-römischen Antike damals auch keine jüdische Geschichte in Asien, Levante, gab? Dass die so lange jüdische Geschichte, wie die Bibel sie behauptet, tatsächlich viel jünger ist? Vergleiche dazu ergänzend auch Schlomo Sand, die Erfindung des jüdischen Volkes, Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand, Berlin 2010, und Schlomo Sand, die Erfindung des Landes Israel, Mythos und Wahrheit, Berlin 2012. Dieses Prinzip der Vertauschung, Umstellung und so weiter von Buchstaben gelte nach Müller für viele Sprachen, die offiziell für alt gehalten werden, auch für Hebräisch und Griechisch. Nimmt man dazu, dass der See Genezareth in Israel mit dem Genfer See starke Ähnlichkeit hat und auch andere geografische Namen von Europa ausgelagert wurden? So mag die hintergründig listig verschlagene Strategie der Franzosen ahnbar werden. Ist gar die Bibel aus französischer Feder entstanden? Der linksrheinisch wirkende Erasmus von Rotterdam und der bereits angesprochene Martin Luther hatten eine Art Wettbewerb, wer die Bibel zuerst herausgeben konnte. Erasmus gewann. Das war ein Jahr vor der Reformation 1516. Die Verschwörer aus Paris und dem dann katholischen Rom und deren heutige Nachfolger führen die ganze Menschheit mithilfe der manipulierten Wissenschaften hinters Licht. Außenseiter wie eben Müller oder auch dessen Zeitgenosse Goethe und viele andere mehr werden ignoriert, wenn es um entscheidende Fragen geht. In den folgenden Sendungen wird das anschaulich und deutlicher werden. Nun bitte ich die lauschenden dieser offiziellen Zeitangaben um besondere Aufmerksamkeit. Die meisten der in diesem ersten Teil der Reihe, die weißen Frauen im Nebel der Geschichte, genannten Jahreszahlen sind mit Vorsicht zu betrachten. Unser geltender Kalender wurde erst nach der Renaissance im Jahre 1582 eingeführt. Das kann durchaus bedeuten, dass auch die Geburtsdaten und Lebensläufe der Herren von Anjou nicht der Wirklichkeit entsprechen. Obwohl es auch nach deren Zeit um 1300 tausende von Briefen der Humanisten und Reformatoren um 1450 bis 1550 gibt, können auch diese manipuliert sein. Die neuere Zeit teilt sich in eine oder gar mehrere Zeiten vor und nach der Katastrophe von 1349. Nicht zufällig wird der Beginn der Renaissance gelegentlich mit diesem Datum nach der Pest bezeichnet. Offenbar wurde die Katastrophe bewusst herbeigeführt und dann in das heutige patriarchale Welt- und Menschenbild durch den Humanismus überführt. Zur Einführung des heutigen Kalenders 1582 wird man keine 233 Jahre benötigt haben. Diese Zahl fällt in die vermeintliche Regentschaft des Papsttums im französischen Avignon. Es gilt nun, diese Pestkatastrophe zu erkennen, die wahrscheinlich ein Matriarchat in Europa ablöste und das Wesen und die Macht der Frauen und der Menschheit überhaupt durch die neuen monotheistischen Religionen und die Wissenschaft, Philosophie, Theologie zu ersetzen. Ein schwerwiegender Fehler wäre es, die Macht der Geheimgesellschaften zu unterschätzen. Der aus Troja nach Italien gezogene Aeneas ist wesensidentisch mit den erfundenen Gestalten Romulus, Julius Cäsar und Karl dem Großen. Diese stehen alle für Karl von Anjou, 1227 bis 1285. Karl der Zweite von Anjou, 1254 bis 139, steht als Nachfolger für Cäsar August gleich Kaiser Augustus sowie Alexander dem Großen. Zitat Müller, alle Gedichte Virgils sind eigentlich bloß an seinen Cäsar August gerichtet. Zitat Ende. Die verschiedenen Namen von Weltruf sind erfunden, wurden und werden aber für die gängige Matrix benötigt, um die Zeit künstlich zu dehnen und die wahren Machtverhältnisse zu kaschieren. Also auch Julius Cäsar, Alexander der Große und Kaiser Augustus sind, wie die Karolinger, erfunden. Die julianische Zeitrechnung und das Leben Jesu Christi werden in die Zeit dieser beiden römischen Kaiser gelegt. Der Geschichtskritiker Mario Arndt kam zu einem ähnlichen Ergebnis wie Müller in Bezug auf die knapp 500 Jahre, die zwischen dem fiktiven Karl dem Großen und dem realen Fragezeichen Karl von Anjou bzw. Karl Mattel liegen. Wer war Karl der Große wirklich? Peter Franz Josef Müller wurde in der geschichts- und chronologiekritischen Bewegung weltweit bislang nicht gewürdigt. Ein wichtiger Name, der stets erscheint, ist der Jesuit Jean Harduin, 1646 bis 1729, der in Paris für den französischen König wirkte. Er schrieb bereits vor gut 300 Jahren, dass zahlreiche antike Texte Fälschungen seien, die wichtigsten ließ er jedoch unangetastet. Den Grund dafür nannte erst Müller. Harduin konnte die tatsächlichen Hintergründe nicht preisgeben. Seine Polemik zielte auf die Benediktiner, von denen der englische Historiker und Theologe Edwin Johnson 1842 bis 1901 Ende des 19. Jahrhunderts nachgewiesen hatte, dass in England vor dem Jahr 1533 keine sicheren Quellen in Hinsicht auf das Christentum bestünden. Edwin Johnsons Werke sind erst seit 2020 in deutscher Sprache verfügbar. Auch Johnson schien Müller nicht gekannt zu haben, wohl aber Harduin. Johann Engenolf sprach 1735 in seinem Buch Historie der deutschen Sprache von den Beweistümern, dass jede europäische Sprache einschließlich der moskovitischen und tartarischen ihren Ursprung in der deutschen Sprache habe. Er schrieb unter anderem auf Seite 119 im ersten Teil Die deutsche Sprache ist in Europa die älteste, welche er hernach gar wohl ausführet. Besser vorher, da er gezeigt hat, wie die griechischen und lateinischen Wörter aus der alten deutschen Sprache herkommen, so schließt er endlich mit diesen Worten. Wenn ihr diese und sonst wenige Stücke beobachtet, so habt ihr die ganze babylonische Verwirrung oder vielmehr aller Sprachen Ursprung, Ableitung und Übereinstimmung. Und auf Seite 123 im ersten Teil Alle Völker, welche die Griechen und Lateiner Keltas nennen, haben teutsch geredet, wie denn noch auf diesen Tag in allen Ländern Europens die Wurzeln und Stammwörter der deutschen Sprache vorhanden sind, sowohl durch allerhand Endungen, Verwirrungen und Mundarten unterschieden und durch Vermischungen fremder Völker zerrüttelt und verdorben. Ja, noch auf diesen Tag sind so viele Berge, Flüsse, Länder, Städte, nicht allein in Europa, sondern auch Asia zu finden, derer Namen lauter teutsche Wörter sein und bei anderen Völkern, die solche Namen gebrauchen, nichts andeuten, aber ihren Verstand in der teutschen Sprache haben. Zitat Ende. Es ist wirklich interessant, was Engenolfs in seinem Buch 1735 schrieb. Es ist eben erstaunlich, dass die heutigen Sprachforscher bzw. Wissenschaftler solche Wahrheiten nicht formulieren möchten. Diese Aussagen von Engenolf und vielen anderen werden ganz einfach übersehen oder absichtlich übersehen, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass die deutsche Kultur und Sprache Jahr verstümmelt werden soll. 1827 berichtete Clary, der ehemalige Diener von König Ludwig des Sechzehnten, als Tagebuch über des Königs Gefangenschaft den Verlauf des Prozesses bis hin zu dem Augenblick, als der König den Tempel, einen burgähnlichem Gebäudekomplex des Templerordens in Paris, verließ, um hingerichtet zu werden, dass der König Bücher in der Ursprache las. Eine umfangreiche Büchersammlung stand ihm zur Verfügung. Es gab somit Bücher in der Ursprache in Frankreich und es stellen sich die Fragen, ob es diese nicht nur europaweit, sondern sogar weltweit gab und warum diese spurlos verschwunden sind. Ebenso um 1900 veröffentlichte der Philologe Robert Baldauf an der Universität Basel. Ohne Müller zu zitieren, kam er zu bemerkenswerten Ergebnissen. Zitat aus Historie und Kritik, Seite 97 bis 99. Ziehen wir die Schlüsse. Die durch weite Zeiträume getrennten Homer, Eskylus, Sophokles, Pindar, Aristoteles sind etwas näher zusammenzurücken, sie sind wohl alle Kinder eines Jahrhunderts. Ihre Heimat ist aber gewiss nicht das alte Hellas, sondern das Italien des 14. und 15. Jahrhunderts gewesen. Unsere Römer und Hellenen waren die italienischen Humanisten. Noch einmal. Die auf Papyrus und Pergament geschriebene Geschichte der Griechen und Römer ist durchweg, die auf Erz, Stein etc. geschriebene, zum großen Teil, eine geniale Fälschung des italienischen Humanismus. Aber das ist nur die eine Seite des Humanismus. Sein zweites großes Werk ist die Aufzeichnung, das heißt Fälschung der Bibel, des Alten wie des Neuen Testaments. Und diese beiden Fälschungswerke ließen ein drittes entstehen, die Fälschung der ganzen frühmittelalterlichen Quellenliteratur. Planmäßig, systematisch, erdichtet, erfunden ist die ganze Geschichte der europäischen Völker, von Anfang bis ins 13. Jahrhundert, verfälscht bis in die Zeit der Reformation. Der italienische Humanismus ist keine rezeptive Zeit gelehrten Sammeleifers gewesen, sondern eine Welt der ureigensten, produktivsten, ungeheuersten geistigen Tätigkeit. Über ein halbes Jahrtausend ist die Bahn gegangen, die er gewiesen hat. Das Christentum hat bis ans Ende des 13. Jahrhunderts nur in der Tradition bestanden, in der Tradition, die durch die Welt germanischen Götterglaubens tief beeinflusst war. Und aus dieser mit heidnisch-germanischen Elementen durchsetzten christlichen Tradition schöpften die italienischen Bibelschriftsteller. Diese Behauptungen klingen abenteuerlich, mehr als seltsam, aber sie lassen sich beweisen. Einige der Beweise liegen hier vor, andere werden folgen. Sie werden folgen, bis der Humanismus in seinem innersten Wesen erkannt ist. Töricht wäre es, über die vorliegenden Thesen zur Tagesordnung überzugehen. Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio. Das war aus Shakespeare. Zitat Ende Müller schreibt Jahrzehnte vorher sehr Ähnliches auf, vergleiche Seite 22 folgende. Von beiden Verfassern wurden selbst die biografischen Spuren gründlich verwischt. Ich wage auch alle sogenannten klassischen Schriftsteller in griechischer und lateinischer Sprache, alle Geschichtsschreiber wie Herodot, Strabo, Flavius Josephus, Plutarch, Diokassius und so weiter, Julius Cäsar, Livius, Tacitus, Plinius und so weiter, Gregor von Turch, Aeneas Silvius, Cicero und so weiter, für gedungene Erzeugnisse jüngerer Zeit und außerdem alle Dichter, Homer, Virgil, Horas, Martial, weltweise wie Aristoteles, Sokrates, Plato und Seneca, für nicht in die Zeiten gehörend zu erklären, denen sie bis jetzt sind zugerechnet worden. Diese Behauptung scheint kühn zu sein, aber die Zukunft wird sie bewähren. Und wenn auch die Wahrheit in tausend Fetzen zerrissen, nach allen Weltgegenden hin in die Tiefen der Meere versenkt wird, so steigt sie doch endlich wieder in verjüngter Klarheit empor. Das blühende römisch-deutsche Reich Müllers ist möglicherweise mit Teilen der insbesondere laut Kartenmaterial in Asien gelegenen Großreiches Tartaria identisch. 2017 veröffentlichte der russische Mathematiker und Geschichtskritiker Anatoly Fomenko zusammen mit Gleb Nozowski das Buch The Issue with Russian Tartary im Rahmen seiner Buchreihe History, Fiction or Science. Seine knapp 1500 Titel umfassende Bibliografie darin weist nicht auf Müller und Mitteleuropa hin. Das irritiert. Russland wird hingegen behandelt. Das Thema ist seit 2017 stark durch diverse Filmbeiträge ins Gespräch gekommen. Auf der Karte des Humanisten Sebastian Münster von 1570 Europa Regina stehen die in Anführungszeichen Germanen als Herz der Völker Europas. Im Zentrum liegt allerdings Böhmen, in dem der Kaiser Karl IV. 1316 bis 1378 gewirkt hat, obwohl er ein französisch sprechender Luxemburger war. Zur Pestzeit 1348 gründete er die erste deutsche Bibliothek in Prag, von wo aus auch der in Anführungszeichen böhmische Vorläufer Luthers ausging, Jan Hus. Prag reichte weit ins deutsche Reich hinein und war ein früher Ort der Verschwörung. Auf der Karte von 1570 hält Sizilien den Reichsapfel. Karl I. von Anju war seit 1266 König von Sizilien. Die Germanen kommen als Neuling dazu, eine Erfindung des Tacitus. Auch Müller hält den Begriff Germanen für jung. Die zahlreichen anderen Völker waren einst Bestandteile des Urreiches in Gestalt der Gaubezirke. Der Kunstbegriff Germanen wurde seit dem Renaissance-Humanismus anstelle des römisch-deutschen Reiches verwendet. Den jungen Begriff gesteht sogar Tacitus selbst ein. Siehe Germania Kapitel 2. Um sich den Fragen zuzuwenden, ob Tartaria auch in Europa zu lokalisieren war und ob auch das Slavische mit der Ursprache in Verbindung zu bringen ist, beziehe ich slavische Autoren zur Frühzeit Europas mit ein. Denn auch diese meinen, belegen zu können, dass die Geschichte des osteuropäischen Raumes in der herrschenden Wissenschaft falsch dargestellt wird. Dazu sei auf die Werke von Davorin Zunković, Die slavische Vorzeit, grundlegende Aufsätze für die Renaissance der allslawischen Geschichte, Sprache und Kultur, und Martin Zunković, Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven besiedelt, hingewiesen. Letzter verfasste 1915 auch ein etymologisches Ortsnamen-Lexikon. Man beachte bei Tartaria ferner die Konsonantenfolge TT wie bei Teutonen oder den Tuata de Danan, dem mythischen Stamm, den Hermann Wirth mit den Deutschen als das Volk der Mutter Erde in Verbindung brachte. Marco Pokacznik sieht in ihnen eine Schwestern-Evolution der Menschheit, die auch den Namen Siede trägt. Der Slowene Pokacznik sieht in ihnen unter anderem die Architekten der Pyramiden von Visoko, den größten der Welt, im slawischen Bosnien. Tartaria wurde seit dem 16. Jahrhundert, spätestens aber mit der Ausgabe der Enzyklopädie Britannica des Jahres 1771, zunehmend von den Landkarten getilgt. Das Deutsche Reich ist offiziell überhaupt nicht mehr belegbar. Auch die ursprüngliche Weisheitstradition der Tarot-Karten ist weitgehend verschollen. Sie dürfte vor Erscheinen der Bibel vor 500 Jahren eine wesentliche spirituelle Quelle unserer matriarchal ausgerichteten Welt gewesen sein. Vergleiche Barbara Walker Ein Religionswechsel fand offenbar um 1500 auch in Mittelamerika statt. In Mexiko verschwanden etwa die Toltequen und mit ihnen ihr esoterisches Wissen. Ihre Pyramidenstadt Teotihuacan galt einst als die größte Stadt Amerikas. Die Forschungen Erhard Landmanns wollen aufzeigen, dass weltweite Hieroglyphen, etwa der Maya, mit Hilfe des Althochdeutschen entschlüsselt werden können. Aber nicht nur die Hieroglyphen. Zitat Das war aus Weltbilderschütterung, Seite 13. Es gibt folglich seit dem Erscheinen von Müllers Buch manches, das seine These von einem römisch-deutschen Urreich unterstreicht. Wir dürfen damit rechnen, dass es bereits in der Vergangenheit wiederholt so etwas wie ein Great Reset gegeben hatte. Müllers Arbeit zeigt dies klar. Der auch mit Re beginnende Begriff der Renaissance erfolgte nach einer wohl künstlich erzeugten Vernichtung. Müller nennt eine große Katastrophe ungeheuren Ausmaßes, die offenbar bewusst von den im Buch genannten Kräften herbeigeführt worden war. Zitat von Seite 6 folgende Ein Feuerberg verheert nur die Gefilde seiner Umgebung. Nur wenige Menschen verschlingt die bebende Erde. Nur wenige Eiländer das tobende Meer. Die wütendste Flamme nur wenige Städte. Aber diesmal wurden ganze Weltteile in ihren Grundfesten erschüttert. Und die Geschichte gesteht selbst, dass unter anderem auch durch Johannes 22 so viel Blut geflossen, dass der Bodensee davon ganz würde gefärbt worden sein. Und die Leichname der Erschlagenen nicht würde haben fassen können. Oder wie es anderwärts heißt, der dritte Teil des Meeres war Blut. Alles Elend, was die Menschheit in den nachherigen Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag erlitten, war Folge dieser unseligen Umwälzung. Müller beschreibt in seinem Buch einen Weltkrieg, den die Geschichtsbücher bis heute ausblenden. Auch für die 1840er Jahre erscheint ein solches Szenario durch geheime Waffen denkbar. Stichworte entvölkerte Städte, Schlammflut, Waisenkinder, freie Energie. Mit dem Kommunistischen Manifest 1848 war der damalige Klaus Martin Schwab in Gestalt des Karl Marx zur Stelle. Wilhelm Kammeyer, er lebte 1889 bis 1959, kam als Privatgelehrter in den 30er Jahren zu dem Ergebnis der Fälschung der deutschen Geschichte und des Urchristentums. Für ihn stand eine französische Nationalkirche am Anfang des Vatikans. Den Durchbruch der Geschichtskritik erreichte der Zeitgenosse Mario Arndt, der in mehreren Veröffentlichungen nachweisen konnte, dass unsere Geschichte in Europa und darüber hinaus am Schreibtisch konstruiert worden sein musste. 1492 Entdeckung der neuen Welt durch Kolumbus bzw. Vertreibung der Juden aus Spanien 1493 Erscheinen der Schädelschen Weltchronik in Nürnberg Wenn sich nun erst in der Zeit um 1450 bis 1517 die neuen Konfessionen gebildet haben sollen, dann wäre es nur folgerichtig, auch die bereits bestehende Architektur wie Kathedralen, Burgen, Tempel und weiteres dem deutschen Heidentum zuzuschreiben. 1592 Entdeckung der Schädelschen Welt Untertitelung. BR 2018 Unter den Päpsten hat Rom so wenig gewonnen, das es, vielmehr besonders Gregor, angeblich aus Frömmigkeit und um jede Spur von Heidentum, d.h. jede Spur der Vorbesitzer zu vernichten, zerstörte. Und zu dem Baue der Peterskirche hat sich Alexander VII. eine Marmorsäule des angeblichen Grabmals Adrians, vielleicht Konrads, bedient, so wie überhaupt alle Reste des Altertums noch immer die größten Zierden der neueren Paläste sind und unter anderem auch das mit Porfir bedeckte Grab unter dem Vordach dieser Kirche, Portikus, für das Grabmal Kaisers Otto nach Moreri, des Zweiten, anerkannt wird, Ludewig. Dann muss es doch jedem auffallen, dass, ungeachtet, die Päpste jetzt ungefähr 1800 Jahre, die 70-jährige Auswanderung nach Lyon und Avignon, welche auch die 70-jährige Auswanderung nach Lyon und Avignon, welche auch die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon genannt wird, Moreri-Avignon, abgerechnet, ununterbrochen, zu Rom ihren Sitz gehabt. Dennoch, wenigstens von den christlichen Kaisern an, meines Wissens vor dem 16. Jahrhundert nicht ein einziges päpstliches Denkmal, nicht einmal ein Grab vorzuweisen und dass sogar die Kirche Johanns zum Lateran ohne Vergleichung älter als die Peterskirche ist. Zitat Ende. Hier deutet Müller an, dass die Tempel, die stets der griechisch-römischen Antike zugeordnet werden, tatsächlich vom deutsch-römischen Reich, das noch nicht christlich-katholisch war, erschaffen worden waren. Wenn tatsächlich vor dem Jahr 1500 keine päpstliche Architektur aufzufinden ist, dürfte die Geschichte des Papsttums auch nicht viel älter sein. In gleicher Richtung, in Bezug auf das Heidentum des einstigen deutsch-römischen Reiches, weist folgender Absatz Müllers. Zitat von Seite 48. Was man jetzt Abtei nennt, war vordem eine Lehr- und Erziehungsanstalt für nachgeborene Söhne, um weiter unter der Aufsicht eines geprüften älteren Stammesgenossen, eines Abts, erzogen und unterrichtet zu werden, bis sie vor und nach mit Graftümern konnten versehen werden, oder allenfalls um ihr Leben lang auf eine anständige Art versorgt zu sein. Diese Stiftsherren mussten dich freilich einer gewissen Vorschrift oder Regel unterwerfen, denn ohne diese können dergleichen Anstalten nicht bestehen. Auch ist das Gebet zu Gott gewiss mit in Betracht gekommen, wie ebenfalls noch wirklich in den weltlichen Frauenstiftern, ohne dass aber diese Vorschrift einen jetzt sogenannten geistlichen Zuschnitt gehabt hätte und ohne dass der Umgang mit dem weiblichen Geschlecht in Stiftsherren untersagt sein konnte, ebenso wenig als willkommene Anwerber in den weltlichen weiblichen Stiftern abgewiesen zu werden pflegen. Wie viel weniger ist also ursprünglich an eine Regel des heiligen Benedikts gedacht worden, die auch dem deutschen Adel und dem deutschen Begriff von Ehre durchaus nicht angemessen war? Dass die Abteien vor dem bloß weltliche Anstalten gewesen, gesteht der verkappte Justinian in und so weiter. Zitat Ende Wir können demnach davon ausgehen, dass auch die Architektur der Klöster im heidnischen Deutschen Reich bereits bestanden und später, etwa um das Jahr 1500, von der katholischen Geistlichkeit übernommen worden war. Die Räumlichkeiten wurden unter anderem auch dazu genutzt, die uns bekannte Geschichte zu ersinnen. Zitat von Seite 42 Im Allgemeinen sind die Verfälscher als Mönche aufgetreten, wenn schon das Mönchtum von jüngerer Entstehung ist und die Abteien ursprünglich eine mehr weltliche Figur gehabt. In seinem zweiten Hauptwerk, Die Ursprache, erschienen 1815, geht Müller ausführlich auf die vom Urreich abgekoppelten Sprachen ein. Durch Weglassung von Buchstaben oder Vertauschung der Reihenfolge und neu hinzu erfundenem wurden die europäischen Sprachen nach und nach geschaffen. Auch am Beispiel des Französischen gibt Müller zahlreiche Beispiele, vor allem in seiner Ursprache. Etwa aus Mantel wird Doliman, aus Leit wird Deuil, aus Hafen wird Havre, aus Grat wird Degre oder Cara, aus Greisel wird Karussell, aus Fels wird Falais und so weiter. Manchmal verraten sich die Fälscher auch. Alemant bedeutet Edelmann und für den Schelm fiel ihnen kein eigener Begriff ein. Das ist ein Schelm, bleibt C'est un Schelm. Müller nimmt an Hintergrundwissen vorweg, was andere später mühsam zusammengetragen und doch nicht in dieser Dichte erreicht haben. Als einziger Geschichtskritiker benennt er das alte Reich der Deutschen mit der deutschen Sprache, welches seinen Bewohnern eine allgemeine Wohlfahrt ermöglichte. Doch der unbekannte Weltkrieg der Verschwörer ist ein Tabu, bislang aufrechterhalten durch ihre weltweiten Mitläufer. Müller betont in seinem Buch die Folgen für uns. Zitat, Alles Elend, was die Menschheit in den nachherigen Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag erlitten, war Folge dieser unseligen Umwälzung. Nach Müller folgten weitere Hunderte von Kriegen, bis wir zuletzt durch eine künstlich hervorgerufene Pandemie in ihre Haft gezwungen werden sollten. Dies sei Vergangenheit. Blicken wir nach vorne, mit Zuversicht. Es ist nicht interessant, dass der Freiherr von Stein, von Müller in seinem Buch als Gönner hervorgehoben, am Wiener Kongress 1814 teilgenommen hatte, auf russischer Seite für den Zaren. Dieses Buch sei nun der Öffentlichkeit wiedergegeben. Möge es dazu beitragen, unsere Geschichte von dem mächtigen Lügengespinst der letzten Jahrhunderte zu befreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017